Einen wunderschönen lieben Malia Löchen und herzlich willkommen zurück zu Stellar Blade. Ja, wir sind immer noch ohne Peil da. Ich habe keinen Peil, wo ich lang muss und ja, ich bin überfragt. Dieser Tipp geht mir auch ein bisschen auf den Keks, weil was bringt uns dieser Scheiß-Tipp, wenn wir nicht weiter wissen. Ich gehe jetzt aber trotzdem nochmal hier hoch. Einfach mal, um zu schauen, ob ich von hier rüber springen kann, aber hier kann man nicht rüber. Das gibt es doch nicht. Wo zur Hölle geht es weiter? Wie kommen wir zu dieser letzten Karte und warum ist das hier rot? Wie kommen wir da hoch? Das ist echt, ich verstehe es nicht. Vielleicht kann man nicht weiter spielen wegen Day One Patch. Ich habe keine Ahnung, ich kann es mir nicht erklären gerade. Ich kann es mir gerade wirklich nicht erklären. Komm, zwei sind doch auch cool. Hack doch die letzte, Alter. Du bist doch so ein Hacker-Dude. Mann. Wie geht es weiter? Wie geht es weiter? Es muss doch hier... Warum ist es hier gelb? Das verstehe ich auch nicht. Warum ist es hier gelb? Was passiert hier? Hier passiert ja nichts. Ach so, das ist am Ende ist das was. Aber wir müssen ja trotzdem jetzt da rüber. Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Das kann doch nicht die Wahrheit sein. Wie sollen wir da rüber kommen? Wo und wie sollen wir da rüber kommen? Verrat es mir. Hier rein vielleicht. Jetzt auch nicht rein. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Ich bin wirklich überfragt, Leute. Ich bin wirklich überfragt. Es muss doch irgendwie funktionieren. Hier stand gerade was mit Objekt. Das ist jetzt weg. Okay. Mann, lass mich durch. Okay. Du kannst diese Fähigkeit nicht lernen. Ja, scheiße. Erleichtert den Einsatz. Das sollte ich wahrscheinlich machen. Okay. Hm. Aber wenn es hier gelb ist. Wenn es hier gelb ist. Und da ist so ein Ding. Nein! Ich glaube nicht, dass es enttendet war, aber juhu! Alter! Nein! Aua! Holy moly, Alter! Maximale Lebenspunkte erhöht! Schön! Um Gottes Willen, Alter! Also das war ja wild! Das war ja wirklich wild! Ich weiß nicht, wie man darauf kommen soll! Ich meine, ich bin auch darauf gekommen, aber... Das war aber jetzt glaube ich echt der letzte Ding, was ich hatte! Übertragung von Legionär 326! Reaktion der Nightibas bestätigt! Alles verläuft! Alles verläuft nach Plan! Wir locken sie alle in ein bestimmtes Gebiet! Wir locken sie alle in ein bestimmtes Gebiet! Das ist ein Schreibfehler! Durchgestrichen! Der Plan ist fehlgeschlagen! Der Plan ist fehlgeschlagen! Rennt! Okay! Cool! Ja! Und hier ist man jetzt, verstehe! Nein! Oh Gott! Ich dachte, das war's jetzt! Ich dachte, das war's Leute! Ich dachte, jetzt fliegen wir runter! Ah, wo geht's jetzt lang? Ich geh hoch, oder? Ja! Komm her! Scheißvieh! Aua! Okay! Ah! Der Wichser! Komm her! Du Ficker! Jawoll! So ist der letzte Kern, oder? Give it to me, baby! Blutrote Träne! Ah, cool! Ein Schmuckstück! Dann schauen wir uns doch das gleich mal an! Uh, die sind ja schön! Verzielt mit einer blutroten Träne! Okay! Nice! Peter Verstärkung, das lassen wir aber! Schutz Exospine! Das ist aber auch nicht schlecht! 10% weniger Damage, das ist echt gut! Aber ich glaube, wir bleiben beim Crit Damage! Okay! Wider Gates! Denn wir haben hier immer noch nicht rausgefunden, wo es weitergeht! Ich fühle mich langsam richtig dumm! Komm her, du Ficker! Jawoll, ja! Oh no! Ich hab das einfach übersehen! Hahaha! Oh Junge, wie peinlich! Aua! Wie peinlich, ey! Es ist nie passiert! Hat keiner gesehen! Es ist genauso wenig gesehen wie ich! Das ging schnell! Jawoll, ja! Das ging schnell! Da ist er noch, Alter! Oh! Nein! Ich hab falsch gedrückt! Gott verdammt! Gott verdammt! Jawoll! Anerkenn, Lord Vader! Einen wunderschönen guten Abend! Hallöchen! Es geht ab! Befehle von Athena 8-2! Codename Ch... äh... Was? Giyas? Giyas? Wurde endlich gesichtet! Teile jetzt die Koordinaten! Mal zum Vergleich! Giyas ist stärker als jede Nighthiba, dem wir bisher begegnet sind! Team Athena macht euch bereit und begebt euch zum Einsatzort! Na, H war der Reservus! Ich bin gespannt! Okay! Das ist dann wahrscheinlich der Alpha, von dem wir die ganze Zeit sprechen! Aber jetzt schauen wir mal da hoch, weil irgendwo hier muss ja noch dieser andere Kern sein! So! Ah ja! Er schon wieder! Ah! Aua! Aua! Eisvieh! Wie weicht man dem lilanen Ding nochmal aus? Das geht glaube ich gar nicht, oder? Ah! 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 Das geht gar nicht! Das weiß ich nicht mehr! Okay! Komm her! Ah! Das war so klar! Aua! 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 Ah! Warum hat sie sich jetzt nichtатаaaakes, verstehe ich nicht. Warum ist sie jetzt nicht ausgew Aua! Eieieieie! of that's glory! Asks! Aua! Es machine tape Network! Gebt ihr immer was! für den kran ist wir haben sie machen wir gleich aber da noch irgendwas näher man nicht okay hier irgendwie auch nicht ich glaube wir kaufen uns aber noch mal neues zeug eigentlich kann man sehr kurz das lied gewechselt ob sie das wollte ich gar nicht gibt mir den staff drei stück ich muss jetzt echt mal hier aufpassen dass wir das nicht mehr dann nicht einsetzen so Ah Ah Okay So Mach mal so Oh shit Upsi Ich glaube so passt es, oder? Okay, die Struktur Ach schön Jawoll Nice Nice, 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 nice Okay So, aktivieren wir mal den hier Let's go Perfekt Irgendwann wieder Voiceline, oder? Na okay, diesmal nicht Na gut Schade Ist wahrscheinlich bloß immer bei so großen Orten Ja gut, weiter geht's Das Game Schaut so schön aus Wirklich Nein, nein, Achtung, wir haben es doch geschafft Jawoll Nice Da ist er, Alter Nice Da ist er Der war schön Da hinten haben wir noch so einen Sack Ach nein Ach nein Nein Ich hasse es Ich hasse es Ich hasse es Ich hasse es Also ich mag es trotzdem nicht Nervt mich Jetzt schauen wir erst dahinter Ey, der Wichser Komm her Du Sack Komm her Jawoll Besser So, wo geht's denn lang Hier geht's nicht lang, oder? Alter Was für eine krasse Aussicht Okay Okay Nice Ja, dann gehen wir doch mal dahinter Der Wichser Ich habe ihn gesehen Aua Zipfelklatsche, Alter Komm her Hau dich kaputt Ah, shit Weg hier Weg hier Weg hier So Ein Zipfeldusche, Alter Ehrlich Ich glaube ich spinn Okay Das wäre die Frage, wo es lang geht, ne? Holy Shit Holy Shit Ja, glaube ich Aber jetzt gehen wir mal erst woanders da lang Mich da runter Ah Nice Gute Ball Jawoll Uh, extremes Polymermaterial Schön Ja, was haben wir denn da? Wunsch von Legionär498 Er hat mich gefragt, ob ich an Mother's 4 glaube Ich habe Nein gesagt Er meinte, es wäre weniger schmerzhaft, wenn ich an etwas glauben würde In meinen Gedanken antworte ich Die einzige Person, an die ich glaube Bist du Ich hoffe nur, heute ist nicht unser letzter Tag Tja Das ist die Frage, ne? Okay, sieht so aus, als ist es da, aber sonst nichts mehr Dann kann man wieder hoch Liebe Leute, an der Stelle nicht vergessen, eine Bewertung fürs Video dalassen hilft ungemein Ich weiß, es ist immer nervig, wenn man das fragt, aber es ist wirklich wichtig Es ist ein neuer Channel, der lebt von sowas, vor allem von Engage Oh, Engagement im Allgemeinen, deswegen hier Hilft einem wirklich ungemein, wenn ihr das macht im Kampf Ach, der Pisser da drüben Okay Fuck Jetzt aber Beschwerde von Legionärs 248 Das siebte Lager wurde fertiggestellt Es ist das letzte Kehre zurück zum Hauptquartier Das ist mir nicht mehr so kalt Ich hab den Schall, weil mir warm ist Äh Weil mir kalt ist, weil ich die Grippe hab, Leute Jetzt gerade auf dem Weg der Besserung Seit ich mir meine ganzen Vitamine und so reinhau Ich bin wirklich So schnell, glaube ich, habe ich noch nie eine Grippe ausgehalten Also ehrlich, das ist krass Also, wenn man sich hier wirklich seine täglichen Vitamine gönnt Kurkuma und meinen Ingwer, den ich mir immer reinhau, dann ist es echt Also, Wahnsinn Wirklich, sonst mindestens zwei Wochen hänge ich sowas immer, hänge ich danach Ich meine, ich merke schon noch so ein bisschen im Hals Naja, deswegen habe ich auch den Schall Aber so im Endeffekt, ja, absolut krass Richtig, richtig krass Wie weit sind wir denn eigentlich mit der Folge jetzt? Oh, was haben wir denn hier? Was haben wir denn da Schönes? Ach ja 22 Minuten, dann machen wir noch ein paar Minütchen Komm her Jawoll, du Ficker, Alter Haben wir beide gefickt, nee, oder? Bedauern des Enttäuschten Die Nightebers haben die Erde zerstört Jeder Landetrupp, der uns retten wollte, konnte diesem Bestien nicht entgegensetzen Sie hat uns über Jahrzehnte im Stich gelassen Und schickt uns so lächerliche Soldaten Mother's Fair aus allen Macht bedeutet in dieser Welt nichts Meine Erinnerung wird nicht fortbestehen Ja, scheiße Naja, aber irgendwo doch Jetzt haben wir sie ja aufgenommen Ja, da kommen wir nicht mehr hoch Na gut Na, Juti Komm her, du Ficker, Alter Boah, ich hasse diese Schildpisser, ne? Aber der Luftangriff, der funktioniert da eigentlich ziemlich gut Deswegen müssen wir eigentlich immer nur den Ach, schau an Okay Aber wir gehen jetzt mal trotzdem erst da hinten weiter Okay, ja, können wir gleich machen Ah Ah Scheiße Hey Ganz aus der Luft rausgeholt, der Pisser Komm her, du Ficker Kaboom, Motherfucker Sehr schön Ich musste es Jawoll Bitches Nice Der Omnibolzen Gebet von Legionär 268 Es scheint, als wäre das Netzwerk komplett abgeschaltet Ich habe bereits versucht, die Verbindung wieder herzustellen, aber nichts will funktionieren Mein Kopf fühlt sich so leer an Wo ist Mothersville? Ich kann ihre Gegenwart nicht füllen Mother Bitte rette uns Oh, nice Haben schon mal mehr gemacht, als wir sollten Na gut Aber wenn der Adam will, dass wir hier rasten, dann werden wir mit ihm hier rasten, so Ist ja logisch Mal eigentlich gleich so ein neues Ding kaufen, oder? Upsi Jetzt sind alle wieder da Oh, ich dachte eigentlich, wir talken mit ihm, aber okay Deswegen habe ich es gemacht Zum Auffüllen wollte ich es nämlich gar nicht machen Einen Punkt, ne den sparen wir uns jetzt aber auf Naja, wobei Wir müssen die Valve öffnen, um das Wasser zu erzeugen zu erzeugen Oha Oha Und waren das alles gar keine Überfälle Loll Nein Nein Ich wollte gar nicht allein zurück Scheiße Weg, 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 weg Jawoll Motherfucker Okay So, jetzt ist die Frage, wo gehen wir denn jetzt hin? Where do we go? Nach dem Motherfucker, den machen wir auch noch fertig Aua Pisser Das hat er sonst nicht gemacht Ah Alter Alter, die hasse ich wirklich, ne? Die halten so auf Da muss ich noch rausfinden, wie ich die am besten besiege Ah, habe ich nur nicht so ganz den Peil bei denen Okay Ja gut, dann müssen wir jetzt an dieser einen Liane da hoch Wo wir gerade waren Warte mal Jetzt habe ich doch kein Ding mehr, ne? Müssen wir doch jetzt neu kaufen Warte, um Fertigkeiten haben wir jetzt bestimmt auch zwei, oder? Ja, schön Okay, was wollte ich denn jetzt kaufen? Angriff, Folge, Vorstoß Nicht, nein Beta-Kette Ja, weiß ich noch nicht Schauen wir mal Ansturmfolge 2 Stimmen wir gegen dazu Ach ja, genau Genau, den wollte ich eigentlich machen Was haben wir denn bei Beta alles so? Reaktion 1 Doppelt ausweichen Ach, das ist ja cool Ah Okay, das machen wir jetzt Haben wir zwar jetzt wieder einen da Aber scheiß drauf Das machen wir Das trainieren wir jetzt auch Möchte ich mir jetzt reinziehen Aber liebe Freunde Wir ziehen uns das hier in der nächsten Folge rein Und damit wünsche ich noch einen wunderschönen Nachttag Was sonst bei euch ist Haut rein Peace Bleibt anständig Und wir rollen das Outro 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017